Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal, ManCake28, weiter geht's mit Wildermith von Worldwalker Games und wir sind im nächsten, ich glaube im dritten Kapitel und ich möchte nochmal ganz kurz nochmal herzlich danke sagen für eure Kommentare, wie ihr hier mitfiebert, das macht mir natürlich als Let's Player mega Spaß. Tolle Kampagne, mega geil geschrieben, also macht echt süchtig dieses Spiel. Ich selbst habe mich auf Wildermith Entzug gestellt, ein bisschen länger her für mich als für euch zwischen diesen beiden Folgen, sage ich jetzt mal und die sollte sonntags schön zum Abschluss eines Wochenendes nochmal erscheinen und ja, ich will jetzt nicht noch mehr Worte verlieren. Ich muss immer ein bisschen selbst auch Luft holen, bevor es losgeht. Deswegen wabbel ich immer so viel zu Beginn. Okay, genug der Ausreden. Wir sollen Monali folgen. Recruit Opportunity. Also ist die Mission Follow Monali. Monali ist nicht mehr in der Liste. Wo ist Monali? I don't know. Sollen wir erstmal jetzt rekrutieren gehen? Ist da die Monali vielleicht? Ich gucke gerade nochmal über die Karte, Leute. Vielleicht bin ich auch einfach blind. Die Großteil wird schon im Bildschirm, Smartphone, Tablet oder was da gar nicht anbrüllen. Ja, Bancake, siehst du das denn nicht? Das ist direkt doch da. Nein, Bancake, in die andere Richtung. Was tust du denn? Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich gehe mal da hin. Das darf ich nicht, weil... Ah, ich muss erstmal hier rüberkommen. Wow. Um Monali zu folgen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe über den Fluss, müsste eine Brücke bauen da hinten, oder ich scout mal die beiden Tiles durch. Was mache ich denn jetzt, Leute? Also, ich gehe mal davon aus, dass das hier Monali sein muss. Wenn ich hin... Scout. Ja, komm. Wir wollen ein bisschen Action. Komm. Wir schaffen zwei Abenteuer ohne Monali. Behaupte, ich werde böse aufs Maul fallen. Oh, Library of Light. Sapse was running out of good books to read. Opportunity. Wollen wir das machen? Natürlich kurz bevor wir da sind, ne? Natürlich wollen wir das machen. Okay, Text. Shelves are familiar to Sapse Canoe, wherever she has time to find him. Ah, jetzt fällt mir nur was ein, was ich machen wollte. Mache ich gleich dann danach. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich hoffe, meine Tonprobleme sind auch besser. Ich habe einige Einstellungen verändert. Ich hoffe es echt. Books are all friends. They know her touch and the timber of their side. The clump of her pathing ply of her fingers. Digging up this library walled away inside a ruin. There was no question where she would spend the winter. Unfortunately, she's fallen into a rut of reading she can't climb out of. More of the same. There's those piercing green eyes again. And of course, her coy smile. Always her auburn hair. Her piercing green eyes. Hey, Sapse, you want to see this? Another grizzled veteran showed up. Seriously? For once, can we have a veteran that's not grizzled? Oh, Patricia, I was reading. You do seem to be reading and gelling, which aren't concurrent for most people. Sorry, it's just that it's reading the same words a hundred times. No surprises. It kisses to move you. In fact, it turns you quite sour. Sapse reshelves the offering novel. Why do you keep reading that stuff, then? Well, what do you mean, why? Anyway, you came to tell me something, right? Hm? You have such piercing eyes? Maybe it's about that book you've got. Oh, yeah. Promise yourself, Sapse. I was nosing around in here the other day, and look what I found. Saving the little book from a damaging fall, she glares at Patricia and then opens to the market page. Market page, excuse me. Huh? Is this just a map to the Library of Light? It's fake. It must be. Even I know it's just a story. Love, how many times have you daydreamed about finding that place? Okay. Well, I guess we shouldn't roll it out. I'll get my gear. Oder I don't know. Let me finish King Drangleord first. And of course, nein. Das wollen wir natürlich rausfinden. Okay. Let's go. Ja, zwei Leute sollten das jetzt vielleicht nicht alleine scouten. Oder? Oder doch? Doch. The story continues. There's no correct version of this story, but that's why it's interesting. According to most tellings, the Library of Light was more targeted, together with magic, built from bricks, cut off the moon. Most say Amberbolt's Socrates, Lummi Shackle, brought the Library into being. Some storytellers have it, that a great many mystics helped her, and she promptly chained them all to Volcani afterwards, Volcano, Trilogong, and sent them into space. And that is now the comet Amestitus. One version has her using her own life to complete the casting. That's one's cross. Cross? There's the one where she visits the spirit realm. I don't remember why. I don't think anything happens. Maybe she just wanted to visit. The consensus is that she was a seeker of wisdom, someone who saw knowledge itself as the greatest treasure, highest gold. Of course, half of history never happened, so her name and the deeds that went with it might be one more easy fiction, if the Library is real. Can you imagine it? A limitless and ever-growing trove of books, every volume that's been written, every scroll, every epic, that arrive the next time. How should they spend the night? Find a conversation or pensive stargazing? A fire and conversation. This is an pärchen. The fire is high and their love deepens. The night gives them courage. By the next morning, they reach their goal. And find Garnet. Uh-oh. Uh-oh. All Heroes. Plus 2 Damage und Potency für 3 Turns. Okay. Und wir haben hier den Hill Guardian. A ponderous bulk that moves with an unexpected. Die leck... Kiki, Kisi, Kisi. Okay. Es ist nur ein einziger Gegner. Das ist immer ganz nett, wenn das Spiel einem das so präsentiert. Weil das kann man dann schon ein bisschen nutzen. Kannst du ihn von da aus treffen? Ja, komm. Dann machen wir den einfach aus der Ferne fertig. Feuer. Der arme Hill Guardian, der hat uns nichts entgegenzusetzen, Leute. Es ist einfach so. Dann nochmal Gift hier. Noch 2 Leben. Dann interviewsen wir schnell. Falls der daneben geworfen wird, gehen wir da hin. Schmeißen Diskus auf diesen Bügelwächter. Und gähnen uns einen ab. Victory. Juhu, Peter, ein Level ab. Ein Bluehorn Hunter. Oh ne, das sind so viele gute Möglichkeiten. Oh man, ey, ist das fies. Upgrade Quelling Moss. Ich möchte, dass er mehr Giftschaden macht. Ein Umhang bekommen wir mit 5 Block. Patricia. Well, what do you call that? A Golem? I feel like that's a good sign. Is that a good sign? Of course. How would anyone make a Golem without books? Oh. Golem books. Lomly Shackle Rather famously recorded, that there were two ways a traveler would be able to locate her library. There was her line, Fools fear the wise, and the wise fear fools. Which I heard if you re-range the letters, it gives you a clue. I could never unscramble it. Hmm, right. A lot of O's. What's the second way? Just how big it is. The interior of the library is a symphony of sunlight playing for a frozen ballad of cramped shelves. Careful, what you touch, it's all precious. Every space is crowded with volumes. Where old words gather, young hearts bloom. This is what dreams look like. Could you even dream this? The library was a dream. That's how it began. Why I studied magic all my life. Same as every magican. I wanted to make my dreams real. I didn't understand then. When dreams come through, you become more clutching, not less. You fear sleeping, because you fear waking up. The library was a dream, and that's what I must remain. Those who leave it will never find their way back. Many days later. What's up, sir? We need to leave, Patricia. Wow, you took that really well. Oh. Something I realized, I guess. I'm not sure when... A long time ago, maybe. Grand times I've spent with books, times I was alone with a novel and a window and a rainstorm. I'm glad we came here, glad we found it, saw it all. I've always been afraid to write my own stories, afraid they'd end up nowhere and matter to no one. But I think that could be the next dream for me. Sabse, what if you can't go back? In stories, isn't that the rule, that you can only visit it once? You know, I've been reading since I was small. Books by heroes and half crazies. Fiction of all kind and quality. What I'm thinking now is it's time I start putting life into my own words. Wow, Sabse. 10 retirement age bekommst du auch noch obendrauf. Oh, schon wieder so viele gute Sachen, ey. Ah, Mann, ist das ärgerlich. Ich nehme Ignite. Ihr werdet sehen, warum. Okay, wir haben die Opportunity gemacht und dann geht's jetzt wieder die ganze Gruppe bitte einmal zum Scouten. Gucke mir auch gerade die Timer so ein bisschen an. The day is calm. The scouting mission has discovered nothing dangerous. Having outdistanced her companions, Ella sits to the rest. Does she sleep, dream, is a visitor a metaphor? Or does a tortoise truly come and speak to her? She has seen somewhere before the patterns that spill upon its shell. Of course, you have. This pattern is everywhere. In the wind, in the stars, in the sea, in the storm, in the fire and the fern. We have always been here. We? We hold up the earth and the sky and the storm. We protect the fern and the water and the weed. You should understand that you protract others also. You're one of us. Can't you feel it? Okay. This is it. This is how I can protect the yandering lands. Are you sure I'm the one you want? Your choices throughout your lifetime have fitted you for this task. You were not born a guardian, but you have molded yourself into one moment by moment, day by day. You are worthy to join the fellowship I speak for. Do you accept? Yes, absolutely. What happens now? While you live, nothing. Continue as you have been. After your death, we will discuss this matter further. Do I become a tortoise? The praises from is open for Negia Nation. That almost makes it sound as tough your guardians are all around? Throughout the world? Everywhere? It does, doesn't it? Be well, Ella. We will speak again one day. Hey, Ella, you've been snapping on the job? Napping? Entschuldigung. No, did you see a, there's a pretty cool tortoise shell pendant. Did you just find it here? No, it's kind, a long story. Someday, I'll tell you. Plus 0,7, Lebenspunkte hat sie einfach bekommen. Und 15er Block, ist es besser als das andere? Nö, dann nehme ich das halt einfach mit. Ja. Okay, dann müssen wir hier gar nichts tun, das ist ja toll. Wir brauchen als Incom dringend eigentlich Heiz und Hardwood. Ja, Heiz und Hardwood. Der ist doch perfekt, Hunter's Blind provides Hardwoods und Heiz. Helle mich bitte. Haben die mal was zu tun. Follow Monali. Jetzt gehen wir mal dahin. Bin mal gespannt, was passiert. Keine Ahnung. New Recruit. Okay, oder Pick from Legacy. Okay. Ich könnte jetzt einen der beiden mitnehmen. haben wir wieder ein bisschen Bock auf Eki. Eki Action. Armando Mendoza habt ihr aber auch noch nicht gesehen. Das ist auch ein ziemlich cooler Krieger. Ich nehme Eki mit. Ich lese das nicht nochmal vor. Die überzeugen jetzt den Eko Eki sich den Termiten der Düsternis anzuschließen. Fertig. Follow Monali. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass Monali sich halt hier befindet. Ich gehe mal davon aus, dass das Kapitelfinale ist. Okay, wir haben jetzt wieder genug in der Gruppe, um Dinge zu tun. Anders. Was? Was? 58, 68, 69, 55, hat sie auf, 55, hat sie auf. Die sind ja alle noch voll frisch. Da wird ja keiner von denen aufhören. Okay. Okay. Ich bin noch am überlegen, Leute, wie ich das mache. Ich sage es gleich, wenn ich mir irgendwann entschlossen habe. Dann, Bridge, let's get started. Und das machst du, Eki. Einer muss die Drecksarbeit machen. Okay. Kurz übrigens noch vor der Incursion haben wir das geschafft. Pulling Threats heißt das Abenteuer. Well, what better spot to wait out the rain than someone with an actual roof. Construction solid even after what must be centuries. Tweaker regards the wet field for a few more minutes. Then wanders up one of the more sturdy looking staircases. What's been exposed to the sky for so long now lies covered in Lichen. One room, however, remains relatively untouched by the elements. Ah, das ist das. Not quite a library, but perhaps the next bad thing. You think it's an old collection or some thieves stash? Hard to tell. Someone put so much efforts into memorizing these moments. Makes you wonder how many times stories like ours have played out. And then there is this one. Do weavings not like the others among other differences? no loom I've ever seen weaves like that. Why anyone would want this in their collection, I'm not sure. The tapestry breathes shivering aura in then out again. Interfuse it or destroy it. Also, ich werde sagen, das machen von Tweaker, also interfuse it und schauen, was passiert. Tweaker steps back closer to the tapestry and focuses his eyes beyond its surface. As if trying to peer deeper inside. There's more tied up in these threads if someone was willing to. You sure you know what you're doing? Snap. Fuck! Tweaker is thrown against the back wall. Skittering shiny limbs begin to spams outwards from the tapestry as it unreals. Uh-oh. was haben wir nun angestellt? Also erstmal haben wir Tricksel als Gegner. Haben wir wieder eines der komischen Tricksel Portale aktiviert versehentlich. Tja, was ist das? Ich kenne den Quest, ich verrate nichts. Wir stehen ja jetzt super schlecht da. wieder. Ganz großes Kino. Big Cinema. Okay. Wie können wir und mit was interviewen wir am besten? Interviewen mit mit Buchse mag ihre Buchse die wird ihr niemals zerstören. Das ist ein normales Textil. Da haben wir doch einen schönen Diskus. Ignite geht hier aber nicht rüber, schade, das reicht dann hierfür nicht. Dann machen wir folgendes. Wir machen ein Rock Shield auf Patricia einfach weil wir es können. Dann schmeißen wir einen Diskus. Ja, komm, wir versuchen es trotzdem. Jawohl, 6 Damage, 4 Damage, das ist gut. Dann machen wir Swap Weapon. Dann latschen wir hierhin und hauen den Warn zu weil wir es können. So. Dann stell du dich mal neben deine Schwester Schwester obwohl du könntest auch eigentlich stehen bleiben. Wir machen das anders. Roots and Shoots blockiere den Gang mit Pflanzen. Jawohl, sehr schön. Dann Interviews bitte mit einer dieser Pflanzen. Nehmen wir einfach mal die da, die äußere und dann machen wir einen Wine Ranch auf den hier und schubsen den da rüber. Und sehr schön. Eliminiert. Nur noch drei Gegner übrig. Drei Gegner übrig. Pit, du stehst vier. Entschuldigung, ich habe einen übersehen. Du stehst nicht ganz optimal. Du gehst mal darüber, ein bisschen in die Deckung und dann schießt du den einfach mal ab. Dankeschön. So, Ellas Rüstungswerte sind nicht optimal. Macht aber nichts. Wir hüpfen mit ihr vor. Hüpfen hier hin. Schmeißen Heroism an. Killen den den anderen. Und Guardian. Ein Gegner ist noch dran, leider. Zwei Schaden an Tweaker, das war sowas von unnötig. Ja, Doppelköpfe, ist halt fies. Greift halt zweimal an das Viech. So, und dann einfach Ende. Heute kommt Atropode auf dem Teller. Sehr eiweißhaltig. Yum, yum. Ein Grimthorn Fletch, das ist ein Zauberstäbchen. Der hat zum ... Der sortiert zwei. Achso, der hat ja diesen großen Stab. Guten Morgen. Ja, der andere ist ein Feuerzauberstab, den mag ich aber halt auch irgendwie behalten. Gebt mir halt ein Spellfeld, ne? Wenn ich ihn kaputt mache. Komm, schade. Weg damit. After the last creature falls, what is left of the tapestry drops and whips apart with a crackle. One more figure is expelled from it before the threats curl and burn away. Tina! Aus dem letzten Abenteuer. Tina Rapp is hier. Was ist da passiert? Doch nicht so tot überdachten. You're human or close enough but you real this time. As real as anything else in the yandering. Hm. That's what they said. The other times. Hm. Well, stick around for a while and see if we hold up. What do you remember? A name Tina Rapp. Enough of a childhood. Long ended adventures but not much of what you're actually asking about. It's hard to tease apart what happened and what didn't. A sense of time passed and a sense of purpose fighting something. Then perhaps not so much has changed we are fighting too it turns out if you want to pick up where you left off you look like someone who can watch back in a battle if you want another fighter you have me a cost to land my want to would be for the best next will fill you in on the state of the land it's not in the best shape at the moment but that's why we are out here and good thing you were I suppose after the rain cleart die termiten der dün zernisten tracked on and thread stronger in their own woven story minus ein legacy point danke spiel aber ich habe noch einen helden gekriegt johu und noch ein stärkeres monster danke schön super so ja dann bitte wieder naturalist sein das ist doch super genau Wein Wrench ja noch ein naturalist ist genau das was wir jetzt brauchen so dann geht Tina die wir aus dem tuch befreit haben darüber und der rest baut diesen clover dutch hier auf und wir brauchen jetzt aktuell immer noch hardwoods und heiz aber igno zwerden auch gut ne two heiz werden aber auch mächtig height height and fabric nee komm tannery provides two heights mach ich jetzt einfach mal und die incursion kommt was macht die incursion will die uns trollen ja so ein bisschen schon wir machen trotzdem weiter ok wir haben keine legacy points und müssen jetzt dafür bluten diesmal konnte ich den nightmare nicht blocken der darf jetzt leider mitmachen gut das ist jetzt eine schworben incursion wenn ich das richtig sehe ja mal schauen so die fangen mal am besten direkt ab würde ich sagen hi ich guck mal auf die zeit wow ich glaube wir haben jetzt hier nicht so viele kämpfe in dieser folge gehabt würde ich mal behaupten nicht wahr ähm das kann man auch diesen surf kann man auch tatsächlich scouten ist ja interessant ja also wir folgen immer noch der monali die wir ein ganzes abenteuer rausgenommen bekommen dafür haben wir noch eine margerin bekommen die wir aus einem wie soll ich sagen tuchportal der tricksel befreit haben auch eine interessante geschichte ich hatte dieses abenteuer schon mal gehabt da hatte ich tatsächlich fabius cake rausgeholt aus dem tuch das habt ihr aber dürfen ja und ich seht ihr hier hansania waynes es war ja dieses portal das eine hier oben ich seht das immer auf der karte was ihr auch so ein bisschen erlebt will ich euch nochmal zeigen weil ich es einfach schön gemacht finde dann seht ihr immer welches abenteuer auch ein bisschen so wo war und was ist wo passiert und wie und warum jeder große fußabdruck mit den blumen und sowas ist ja auch egal wollte ich euch einfach mal kurz gezeigt haben wie viel liebe da reingesteckt worden gegen kampf gegen die incursion noch am schluss zeigen was die folge bereits machen wir das einfach beim nächsten mal und dann räumen wir alles ab und holen dann am schluss die monalie machen wir einfach so ist halt schade wenn die monalie ein ganzes abenteuer sozusagen ein ganzes kapitel sich sag ich mal versteckt irgendwo aber versuchen wir mal ohne sie zu schaffen die ist mega mächtig wenn die wieder reinkommt räumt die erstmal ein bisschen auf okay apropos aufräumen vergesst nicht wenn euch das video gefallen hat das ganze zu liken und noch nicer wäre es natürlich meinen kanal zu abonnieren würde ich mich mega drüber freuen okay dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne sternreise sage ich mal ciao ciao und bis zum nächsten video was hoffentlich bald kommt euer bencake28 ciao ciao bin ja weil damit so süchtig ich gebe es ja zu gibt schlimmere süchte